Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte zunächst im Namen meiner Fraktion dem Präsidenten herzlich danken. Wir haben ihn gestern schon in unserer Fraktionssitzung mit stehendem Applaus gewürdigt. Ich glaube, man kann sagen, dieser Deutsche Bundestag kann wirklich stolz darauf sein, einen solchen Präsidenten gewählt zu haben. Lieber Norbert Lammert, wir wünschen alles Gute. Gottes Segen begleite Sie. Ich bin ganz sicher, wir werden immer wieder auch vom ehemaligen Präsidenten etwas hören, vor allem, wenn ihm wegen des einen oder anderen die Hutschnur platzt, so kenne ich ihn, wird er nicht schweigen können. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch darauf, wenn die Fraktionssitzungen der CDU-CSU-Fraktion sind offen für jeden ehemaligen Kollegen und freuen uns auf jeden Besuch. Ja gut, dann komme ich nachher, wenn ich mal in Pension bin, bei euch vorbei. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht gehen wir da am besten zusammen, um größere Zusammenschöße zu vermeiden. Wir können mal das probieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man heute auf unser Land schaut, dann muss man zugeben, dass es wahrscheinlich kein einziges Land auf der Welt gibt, in dem es den Menschen im Schnitt so gut geht wie bei uns in Deutschland. Und dies hat etwas zu tun mit einer großen Gesamtleistung von fleißigen Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmern, die risikofreudig sind und investieren, und einer guten Politik. Es mag ja sein, Herr Kollege Oppermann, dass nicht alles hundertprozentig gelungen ist. Aber ich kann nur sagen, ich bin stolz darauf, was wir in diesen vier Jahren in dieser Regierung für unser Land geleistet haben. Und jetzt kann ich eine Erfahrung sagen, die ich schon mit meinem Freund Peter Struck besprochen habe und über die er in seinem Buch dann berichtet. Wenn man miteinander in einer Regierung ist, muss man sich zu dieser Regierung bekennen. Und es wird auf jeden Fall nicht gelingen, und das werdet ihr dann am 24. September sehen, es wird nicht gelingen, gleichzeitig Regierung und Opposition zu sein. Dies funktioniert nicht. Und dies hat Peter Struck in seinem Buch auch bestätigt, dass dies ein Fehler gewesen sei. Und der wird jetzt wiederholt. Und ich kann nur sagen, wenn wir darauf schauen, was wir in den nächsten vier Jahren vorhaben, dann sind ein paar Projekte von besonderer Bedeutung. Und eines, was das Zentrale überhaupt ist, heißt, wir müssen unsere Wirtschaft darin unterstützen, dass sie wachsen kann, dass sie vorrangig kann. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was eine funktionierende Wirtschaft bedeutet, das hat der Kollege Oppermann allerdings erst auf Nachfrage aus der Fraktion der Linken erklärt. Ich kann nur den Kopf schütteln, wie da das eine oder andere diskutiert wird. Die Rente. Wir haben in der letzten Großen Koalition auf Vorschlag von Franz Müntefering ein Rentenkonzept entwickelt, bis zum Jahr 2030. Dass die SPD dazu jetzt nicht immer stehen will, wundert mich nicht, Denn sie will sich von allem verabschieden, was sie einmal gemacht hat. Auch von den Dingen, die richtig waren, was ja selten genug der Fall ist. Aber selbst von denen will sie sich verabschieden. Und jetzt muss ich mal sagen, ja, es ist ja richtig. Als Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin geworden ist, hat sie fünf Millionen Arbeitslose im Gepäck gehabt, die sie geerbt hat. Heute sehen die Zahlen ganz anders aus. Und das Ergebnis sieht man, dass 44 Millionen Menschen beschäftigt sind. Dass sie in die Sozialkassen einzahlen, führt dazu, dass wir eine Situation in unseren Sozialversicherungssystemen haben, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Auch dies ist ein gutes Ergebnis unserer Regierung. Und dann ist auch klar, je mehr Menschen in Arbeit sind und Beiträge zahlen, umso stabiler ist das Rentenversicherungssystem. Und auch die 48 Prozent werden damit gehalten. Alles andere ist Quatsch. In der Zeit von rot-grüner Regierung mit fünf Millionen Arbeitslosen, wäre ein Rentenniveau von 48 Prozent nicht einmal mit einem Milliardenaufwand gewesen. Und deswegen ist das Ergebnis, schauen wir, dass wir eine gute wirtschaftliche Situation haben, dann sind die Renten- und auch die Sozialversicherungssysteme in Ordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass man hier den Mut hat, aufzutreten und den eigenen Kanzlerkandidaten im Regen stehen lässt, das ist wohl typisch sozialdemokratisch. Und jetzt will ich mal darauf hinweisen, es ist absolut nicht in Ordnung, Thomas Oppermann, sich hier hinzustellen und zu sagen, diese Regierung oder die CDU und CSU will aufrüsten. Es ist absolut nicht in Ordnung. Ich zitiere Martin Schulz im Phoenix-Interview. Die Experten sagen mir, zwischen drei und fünf Milliarden braucht die Bundeswehr jährlich mehr. Ja, unbedingt sollten wir tun. Und sich dann hier herstellen und hier was anderes zu sagen, dies ist schäbig, um das mal so offen zu formulieren. Aber es bleibt dabei, dass wir mit dieser Regierung unter Angela Merkel dem Land einen guten Dienst erwiesen haben. Und vor allem deshalb, weil wir neue Chancen und neue Möglichkeiten für die nächste Regierung und auch für eine junge Generation geschaffen haben. Es ist erstaunlich, dass die, eigentlich nicht erstaunlich, dass die SPD darüber nicht spricht, aber wahrscheinlich eine der größten Leistungen dieser Koalition, nicht nur Regierung, sondern Koalition ist, dass wir dreimal hintereinander einen Haushalt ohne neue Schulden geschafft haben. Fünfmal. Nein, viermal. Und jetzt sind wir am fünften Haushalt, sind wir dann dran. Dass wir keine neuen Schulden gemacht haben. Und dies, ohne dass wir Steuern erhöht haben, das ist eine großartige Leistung. Und das ist etwas, was wirklich generationengerecht ist, meine Damen und Herren. Und es ist auch die Wahrheit, als wäre ein Haushaltsüberschuss, nicht in die Rücklage, sondern zur Reduzierung der Schulden machen wollten, hat die SPD nicht mitgemacht, sondern gesagt, wir wollen nicht die Schulden senken, sondern geben das Geld lieber aus. Das ist so typisch. Anstatt Schulden zu senken, Geld ausgeben, obwohl wir genügend investieren in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt, die Rede des Kollegen Oppermann habe ich an vielen Punkten so verstanden, als ob der Bund mehr und mehr Aufgaben der Länder übernehmen sollte und die Länder damit abgeschafft werden sollen. Ich kann nur sagen, Bildungspolitik ist zunächst einmal Aufgabe der Länder. Und dort, wo die Union regiert, läuft es wesentlich besser, als dort, wo ihr regiert habt. Es war doch bezeichnend, es war doch bezeichnend, dass die SPD-Bundestagsfraktion gesagt hat, wir brauchen ein Programm. Auf der Regierungsbank, Frau Nahles, hat man, ruhig zu sein, Sie können ja hier reinsitzen, aber auf der Regierungsbank ist man zunächst einmal friedlich. Es war doch bezeichnend dafür, dass die SPD-Bundestagsfraktion und der Kollege Oppermann mehrfach gesagt hat, wir brauchen ein Programm zur Sanierung von Schulen für finanziell notleidende Städte und vor allem wegen Nordrhein-Westfalen. Mehrfach ist es gefallen. Dort habt ihr über viele Jahrzehnte regiert und das Ergebnis kann man besichtigen. Gott sei Dank hat sich das geändert in diesem Jahr. Und im Übrigen haben wir überhaupt nichts dagegen. Wir haben ja auch das Grundgesetz geändert, um zusammenarbeiten zu können. Wir haben auch gesagt, wir wollen einen Bildungspakt mit Ländern und Kommunen, um zu helfen, dass Schulen an das Internet kommen. Aber wir haben immer auch gesagt, dass eine Verantwortung für das, was in der Schule geschieht, bei den Ländern bleiben muss. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Jetzt kann ich nur sagen, nur weil man im SPD-Regierten Bremen so miserable Ergebnisse bei der Bildungspolitik hat, muss man noch nicht für einheitliche Standards in ganz Deutschland bedieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss nur, wenn man Kinder in der Schule in Bremen hat, nicht den Versuch unternehmen, mit denen nach Sachsen umzuziehen. Denn das haben die Bremer selber gesagt, das seien sie im Abitur eineinhalb Jahre zurück. Daran muss man schon auch in den Ländern etwas ändern. Es muss dabei bleiben, dass Verantwortung und Kompetenzen zusammengehören. Es geht auf gar keinen Fall, Kompetenzen für sich zu beanspruchen und wenn es schief geht, beim Bund sich das Geld abholen wollen. So funktionieren die Dinge wirklich nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Land auch in den nächsten vier Jahren in eine gute Zukunft führen können. Aber manche aufgeregte Diskussion darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es mit Risiken in der Außenpolitik zu tun haben. Wenn wir uns anschauen, Amerika, wenn wir Nordkorea anschauen, wenn wir die Art und Weise, wie Putin Politik macht, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Bereichen, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Und da kann ich nur sagen, kommt es darauf an, dass man mit Ruhe, klarer Einsicht, Kompetenz und auch Mut an die Sachen rangeht. Und jetzt kann ich nur sagen, die oberste aller Tugenden ist die Klugheit und nicht das politische Rabaukentum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ich so sehe, wie sich die Positionen verändern, nur im Wahlkampf kann ich dringend warnen, nicht wegen eines Wahlkampfs Positionen über Bord zu werfen, die man noch vor drei Tagen, nämlich bis zum letzten Freitag, für richtig erkannt hat. Und da kann ich nur sagen, wenn ich mir das alles anschaue, und so sehen es auch viele Menschen in unserem Land, bin ich mir ganz sicher, dass gerade die schwierigen außenpolitischen Aufgaben nirgendwo besser aufgehoben sind als bei Angela Merkel. Der Bundestagspräsident hat gemahnt, dass wir uns in der Demokratie und für die Demokratie gemeinsam einsetzen, auch über den Wahlkampf hinweg. Das ist richtig. Und deswegen teile ich alles, was hier zur AfD gesagt wurde. Aber man muss sagen, es gibt auch Gefahren von anderer Seite. Und das hat mich schon sehr gestört, dass das Thema eines gewaltbereiten, zunehmenden Linksextremismus hier überhaupt noch nie angesprochen worden ist. Applaus Das, was in Hamburg geschehen ist, das hat nun mit rechts weniger zu tun als mit links. Und ich rate dringend, Kollege Oppermann und auch die Grünen, Ich rate dringend, auf keinem Auge blind zu sein. Extremismus, der unsere Gesellschaft gefährdet, ob von links oder von rechts, muss beiderseits bekämpft werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus Wenn wir dies schaffen, und wir sind dazu bereit, dann tun wir einen großen Dienst unserem Land. Als nächster Redner hat Dietmar Bartsch für die Fraktion Die Linke das Wort. Applaus